Ein herzliches Hallo in die Runde. Wir werden noch ein bisschen warten, bevor wir ganz offiziell starten, nachdem jetzt peu à peu immer mehr Personen mit reintrudeln in unsere gemeinsame Veranstaltung. Gleich vorab, solltet ihr mein Video nicht perfekt sehen, dann drückt gerne ganz unten links auf die drei Punkte und klickt dann auf an den Frame anpassen. Dann wird das Video so angepasst, dass es bei euch in den Bildschirmen wunderbar und perfekt reinpasst. Für mich, damit ich weiß, ob ihr mich seht und hört, möchte ich gerne damit starten, dass wir heute gemeinsam den Chat benutzen. Und ohne jetzt im Chat ein Ja, ich kann dich hören, ich kann dich sehen zu bekommen, wäre mein Wunsch, dass wir einmal gemeinsam erste Stereotype sammeln und zwar über Männer. Von daher, wenn ihr mich seht und hört, gebt mir noch einmal ganz kurz im Chat die Rückmeldung mit einem ganz klassischen Stereotyp, das ihr über Männer kennt. Und wir warten noch ein bisschen weiter. Soll ich sie im Chat? Wird schon geschrieben. Auch an die Neuzugänge Kurzinformationen, falls ihr mich sehen könnt, hören könnt, bitte einmal kurz der Anweisung quasi folgen, hier und so sagen, einen kurzen Stereotypen für Männer perfekt. Also ich sehe schon, wir haben die ersten Kommentare, heißt, ihr könnt mich sehen und ihr könnt mich hören. Für euch auch zur Information, natürlich könnt ihr gerne mitschreiben, jederzeit Fragen stellen im Chat, auf die ich dann auch gerne eingehen werde. Ansonsten gibt es auch im Nachhinein eine wunderbare Aufzeichnung dieses Webinars. Von daher, konzentriert euch gerne auf das Miteinander, teilt eure Gedanken im Chat. Ich werde immer wieder hineinblicken und euch dann hier auch ein kleines Update dazu geben. Und damit sage ich auch an der Stelle, herzlich willkommen zu unserem Webinar Stereotype und Vorurteile für beruflichen Erfolg überwinden. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer, ich leite bei M² die Führungskräfteentwicklung und seit ungefähr zwei Jahren haben wir uns jetzt auf das Thema Female Leadership spezialisiert. Warum ist immer ganz oft die erste Frage und die Antwort lautet, es hat sich so ergeben. Wir haben einfach festgestellt, dass vor allem Frauen Dienstleistungen, Kurse bei mir vor allem gebucht haben und wir uns dann überlegt haben, okay, lass uns doch da noch viel tiefer einsteigen, noch viel besser verstehen, wie wir hier Möglichkeiten haben, gemeinsam zu unterstützen. Und was erwartet dich ganz konkret heute in diesem Webinar? Die Antwort habe ich runtergebrochen und ich will auch weggehen von einer klassischen Agenda. Hinzu, was wird für dich anders sein nach diesem Webinar? Und deswegen habe ich mir zwei große Zielzustände überlegt, die mir für dich wichtig sind. Der erste wird sein, ich gebe dir am Ende eine ganz klare Strategie, dass du zukünftig Irritationen mit Blick auf Stereotype und Vorurteile ansprechen kannst und dazu gibt es auch eine klare Struktur, mit der du deine eigenen Bewertungssysteme hinterfragen kannst. Das heißt, ich möchte für heute wirklich von beiden Seiten das Thema beleuchten und am Ende wirst du auch entdecken, wo mein persönlicher Schwerpunkt ist und wovon ich überzeugt bin, wo wir ganz, ganz viel bewirken können. Starten wir mal mit den Stereotypen. Wir haben ja schon festgestellt hier im Chat, dass es erste Stereotype gibt, die wir gesammelt haben. Wir haben gesagt, okay, Männer sind niemals schwach, immer tough, Männer sind dominant. Und Kraft kam als eine Eigenschaft für Männer, das Rationale ist gekommen. Das heißt, wir haben hier unter dem Stereotyp Begrifflichkeiten gefunden, die wir zusammenfassend für eine Gruppe von Menschen oder von Dingen definieren können. Das heißt, ganz vereinfacht ist es für uns eine Art der Unterstützung der Gedanken. Das heißt, ich kann relativ schnell einordnen, bei den unzähligen Informationen, ganz grob zum Beispiel, wenn ich einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Tiger gemacht habe, dann werde ich natürlich sagen, alle Tiger sind gefährlich. Das ist dann meine Art und Weise, dieser Gruppe eine gewisse Eigenschaft zuzuordnen. Und jetzt gibt es natürlich immer die Diskussion, sind denn Stereotype negativ, sind sie denn positiv? Und lasst es uns gerne mal kurz im Chat sammeln. Was sagst du denn? Würdest du sagen, Stereotype, also vereinfachte, oft übergeneralisierte Annahmen über Gruppen, ist es etwas Schlechtes oder kann es auch etwas Gutes sein? Gib mir einfach ein kurzes Schlecht oder Gut in den Chat, um zu wissen, wie du dazu stehst. Wir haben einen ersten Kommentar. Schlecht könnte hilfreich sein. Das heißt, die Meinungen gehen hier schon durcheinander und auseinander. Es ist natürlich interessant, dass wir hier schon merken, dass die Wahrnehmung sehr unterschiedlich ist. Die Julia hat geschrieben, sowohl als auch. Und wir haben auch, könnte hilfreich sein. So, woher kommt denn das, dass man sagt, okay, es könnte vielleicht hilfreich sein? Und das Spannende ist, wenn wir uns mit Stereotypen beschäftigen, bevor wir überhaupt anfangen, sie zu bekämpfen, dass wir verstehen, dass es ja etwas fast schon von Gott Gegebenes ist, um uns zu helfen, schneller Entscheidungen zu treffen, aufgrund dieser Pauschalisierungen. Und das Spannende, ich habe ja schon dieses Beispiel gesagt, ist, wenn ich jetzt den Tiger vor mir habe, dann merke ich mir als Orientierung, Tiger sind gefährlich. Wenn ich weiß, dass dunkle Wolken aufziehen, dann ist es für mich immer ein Zeichen, jetzt kommt schlechtes Wetter. Ich war am Wochenende beim Campen, es ging schief, ich bin pitchpatsch nass gewesen, ich konnte, mein Zelt trocknet heute noch. Und von daher ist es eben diese Möglichkeit, schnell Dinge und Gruppen einzuordnen. Und jetzt kommt auch schon der nächste Gedanke, den ich immer ganz spannend finde, den viele auch gerne vergessen. Denn wenn wir mit anderen Menschen über Stereotype sprechen, dann treffen wir auch gerne mal über Widerstand. Das heißt, ja, das ist doch gar nicht so. Oder das siehst doch nur du so. Und was wir bei Stereotypen vergessen, ist, dass es auch etwas sein kann, das, und jetzt wird spannend, mich in meinem positiven Selbstbild unterstützt. Was bedeutet das? Stellen wir uns mal vor, es gibt als Stereotyp, also als allgemeine Benennung von Attributen für Mathematiker, dass Mathematiker immer sehr ordentlich, sehr korrekt sind und sehr geradeaus sind. Wenn ich mich jetzt persönlich diesen Mathematikern sehr zugehörig fühle und ich eben diesen Stereotyp positiv empfinde, also ich sage ja, ich identifiziere mich ja mit dieser Gruppe, das ist für mich etwas Großartiges, Spannendes, dann ist es etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Und sobald jemand anfängt, an diesem Stereotyp zu rütteln und das Ganze zu hinterfragen und zu sagen, naja, aber es sind doch nicht alle Mathematiker so, es sind doch nicht alle Menschen so, dann kann es sein, dass ich mich hier irgendwo auf eine gewisse Art und Weise verletzt fühle, weil es ja auch Teil meines Selbstbildes ist. Und deswegen kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Es hilft oft Menschen, sich auch zu rechtfertigen, dass man zum Beispiel sagt, naja, sorry, ich kann das nicht einfach so emotional sehen, ich bin ein Mann. Oder was hatten wir noch am Anfang, ist niemals schwach, ist immer tough. Wenn mir gesagt wird, naja, du zeigst überhaupt keine Tränen auf diese Beerdigung und ich antworte, na Entschuldigung, ich bin ein Mann, ich kann gar nicht weinen in der Richtung, dann ist es eine Art des Selbstschutzes von meiner Seite, weil ich sage, okay, ich fühle mich dazu zugehörig und ich weiß, dieser Gruppe Menschen wird eine gewisse Eigenschaft zugeordnet, bei der ich mich sicher und wohl fühle. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes, denn ganz oft sagen wir Menschen auch, na, das macht man doch nicht. Wer ist man? Man ist auch wieder hier meine Vorstellung von dieser Perfektion von Menschen, wo ich mich zugehörig fühle. Es ist meine Kombination aus Werten und Normen, wo ich sage, okay, das macht man so oder das macht man so eben nicht. Und jetzt kommen wir zu den Herausforderungen, denn diese Stereotype sind erstmal nur, wenn man dieses nur in Anführungszeichen setzt, eine Art der Pauschalisierung, die uns hilft, Sachen schnell einzuordnen. Und jetzt kommt aber auch die Gefahr. Und mit der Gefahr meine ich nicht automatisch, dass es etwas Schlechtes ist, sondern erstmal nur, es kann sich zum Schlechten hinwenden. Und was genau das ist, ist, wenn wir uns aufgrund dessen, dass wir diese Stereotype im Kopf haben, dass wir uns Vorurteile bilden. Das heißt, ein Vorurteil ist ein Urteil, das ich fälle, noch bevor ich eigentlich genug Argumente sammeln kann, um mich selbst davon zu überzeugen, ja doch, ich komme zu dem gleichen Urteil, zu dem gleichen Entschluss am Ende. Und ich habe vor wenigen Stunden erst einen Post auf LinkedIn veröffentlicht. Da habe ich gesagt, Achtung, ich warne vor einer ganz gewissen Mitarbeiterin. Und wenn ich persönlich zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin vor vielen, vielen Jahren in einer anderen Firma schlechte Erfahrungen gemacht habe und jetzt diese Person in unser neues Unternehmen mit eingestellt wird und ich von Anfang an für mich gelernt habe, okay, diese Person war für mich damals schlecht in der Zusammenarbeit und ich jetzt in meiner neuen Firma zu meinen Kolleginnen und Kollegen sage, oh, passt mir auf, die Manuela, wenn die kommt, ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche. Am Anfang macht sie immer auf nett und dann ganz plötzlich da hinten rum verletzt sie, ist gemein, ist fies. Jetzt hast du gar nicht die Chance, vielleicht das Ganze zu hinterfragen und du hörst nur, dieser Mensch ist komisch. Dieser Mensch ist irgendwie anders und aufgrund dessen möchte ich vielleicht doch skeptisch gegenüber dieser Manuela sein. Und genau dann wären diese Vorurteile gefährlich. Das heißt dann, wenn wir unser Verhalten anpassen, ohne zu reflektieren, warum wir es anpassen und das ist auch die ganz, ganz große Gefahr, wenn wir uns mit dem Thema Gender und Diversity beschäftigen. Denn vor allem mit Blick auf Female Leadership, also vor allem auf Frauen in Führungspositionen, können diese Vorurteile ganz, ganz schnell gefährlich werden. Denn wenn ich als Mann für mich zum Beispiel entdeckt habe und sage, okay, ich habe gelernt oder ich habe für mich festgestellt, Frauen sind immer sehr, sehr empathisch und die sind viel zu nett und viel zu lieb, die können überhaupt keine Konflikte ordentlich austragen, weil sie zu emotional sind, weil sie zu nett sind. Das heißt, nur weil ich angefangen habe, diesen Stereotyp in meinem Kopf zu akzeptieren als Frauen sind und ich jetzt meine Handlungen aufgrund dessen verändere, dann wird es durchaus sehr, sehr gefährlich. Und mit sehr, sehr gefährlich meine ich auch, und da können wir ganz konkret einsteigen, sagen, es wirft Frauen ganz andere Steine in den Weg wie uns Männern. Es kann sein, es geht um eine Beförderung. Wir werden heute auch noch mal ein Beispiel haben, wo wir gemeinsam genau über so eine Führungskräfteentwicklung sprechen werden. Es kann sein, dass Projekte eben nicht an die weibliche Führungskraft, an die weibliche Projektleitung übergeben wird, weil der eine Mensch hier, und es muss gar nicht ein Mann sein, es kann egal wer auch immer sein, der eben mit diesen Vorurteilen kämpfen muss, man muss es fast schon so sagen, der dann dementsprechend seine Entscheidung nicht aufgrund der Persönlichkeit, der wahren Fähigkeiten der Person begründet, sondern nur aufgrund seiner ganz individuellen Vorurteile und Stereotype handelt. Und dann wird es gefährlich. Und jetzt wird es spannend und jetzt wird auch relativ schnell deutlich, was mir ganz, ganz wichtig ist, in der Art und Weise mit Menschen umzugehen. Gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt in der Rolle der Projektleitung und ich bekomme jetzt mit in den Gesprächen, dass gegen mich entschieden worden ist. Wie ist denn da der Ablauf? Ganz oft ist der Ablauf folgendermaßen. Ich habe eine gewisse Erwartung, vielleicht bin ich fest davon überzeugt, dass ich die Person bin, die genau perfekt passt zu dieser neuen Stelle, zu dieser neuen Aufgabe. Ich bin wirklich davon überzeugt. Und dann ganz plötzlich läuft das irgendwie nicht nach meinen Erwartungen ab. Dieser komische Kerl bekommt die Position, die Aufgabe, die Beförderung und nicht ich. Das Ganze entspricht nicht meiner Erwartung und es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und jetzt ganz oft passiert eben diese Enttäuschung. Was schon mal ganz, ganz wichtig ist, viel zu oft sagen wir immer, eine Enttäuschung ist etwas Schlechtes. Auf der anderen Seite ist es das erste Mal, deine Chance, dass die Täuschung aufhört. Die Täuschung, dass du dauernd davon überzeugt worden bist, dass alle Menschen genau das sehen, was du kannst, wer du bist, was du tust, die ist jetzt vorbei. Das heißt, du kannst es jetzt schon hier als eine Art kleinen Impuls sehen, der für Veränderung sorgen könnte. Wie geht es dann weiter? Naja, jetzt steigt irgendwann mal die Wut in mir auf. Diese Enttäuschung ist ja nicht unbemerkt. Es ist so eine gewisse Reaktion in meinem Körper, die ich wahrnehme, wo ich mir denke, okay, das fühlt sich nicht gut an und ich werde sauer. Und jetzt, jetzt wird es interessant. Denn jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Und ich starte mit der häufigsten Möglichkeit, wie viele Personen damit umgehen, wenn es um Vorurteile, Stereotype geht und man damit irgendwie kämpfen muss. Ich überlege, bin richtig wütend und denke mir dann, mein Gegenüber, das ist dafür verantwortlich. Denn diese Person sieht nicht, was ich eigentlich kann. Diese Person ist fernab von der Realität, hat irgendwelche Vorurteile, hat irgendwelche Stereotype im Kopf, nimmt mich nicht, weil ich ein Mann bin, nimmt mich nicht, weil ich eine Frau bin. Und jetzt geht es weiter. Jetzt bin ich nicht nur sauer und sage, du bist dafür verantwortlich, sondern, ich überlege mir auch noch, wie kommt denn dieser Mensch eigentlich dazu? Was ist dieser Gedanke dahinter? Der macht es doch mutwillig. Der hat doch hier seine ganzen geheimen Verbündnisse und schließt sich mit denen zusammen. Die wollen sich doch nur untereinander die Beförderungen zustecken. Und das ist ja unvorstellbar, was da vor sich geht. Und jetzt geht diese Teufelsspirale, dieser Teufelskreis immer weiter. Ich fange dann irgendwann mal an zu sagen, das ist der klassische Typ Mensch, alter, weißer, grauer, geschäftsführender, Führungskräfte, was auch immer. Das heißt, ich fange jetzt schon an, selber in diesen ganz engen Strukturen und Mustern zu denken und ich werte diese Person immer mehr ab. Ich werde immer wütender auf diese Person und irgendwann mal habe ich sie auch in eine gewisse Schublade gesteckt und bin noch nicht mehr bereit, mich auf diese Person einzulassen. Und was ist bis hierhin passiert? Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, eigentlich hast du nur über dich selbst nachgedacht. Du bist nur sauer über das, was ist, aber es passiert nichts. Du hast weder die Ursache verändert, noch hast du irgendwas proaktiv verändert, sondern du bist genau da, wo du am Anfang warst. Du ärgerst dich noch immer. Du mutmaßt immer noch über die Beweggründe und Hintergründe der anderen Person, warum sie zu dieser Entscheidung gekommen ist und ob es denn wirklich daran liegt, dass du eine Frau bist, dass du ein Mann bist, dass du zu jung bist, zu alt bist. Und es ändert sich nichts. Und was passiert? Ich ärgere mich noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wir sind gefangen in diesem Teufelskreis. Und wofür ich angetreten bin, ist vor allem das Thema Sachen ansprechen, miteinander ins Gespräch kommen. Wir werden am Ende dieses Webinars Strategien finden, wie wir Stereotype und Vorurteile im Unternehmen ganz gezielt angehen können, als Einzelperson, aber auch wenn du in einer Position bist, wo du Entscheidungen dahingehend treffen kannst, dass etwas passiert, dass du mit Veranstaltungen versuchst, etwas zu bewirken. Aber am Ende bist du jetzt hier und mir ist wichtig, dass du für dich persönlich Werkzeuge entdeckst, wie du Selbstveränderung bewirken kannst. Und von meiner Vergangenheit her, ich bin wissenschaftlich ausgebildeter Rhetorik-Trainer, heißt, ich habe mich natürlich im Bereich Führungskräfteentwicklung vor allem auf das Thema Kommunikation fokussiert und ich bin noch fest davon überzeugt, dass es für viele Herausforderungen die Lösung geben kann. Und was ist denn eine andere Lösung, wie ich ärgere mich nur und fange dann an, in diesen Teufelskreis einzusteigen und sage, es ist doch nur, weil ich eine Frau bin. Natürlich. Es ist, ich will etwas verändern. Ich lasse es nicht einfach so, ich mutmaße nicht, weil Mutmaßungen auch einfach nur irgendwo in meiner Wahrheit zusammengesponnen sind und nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Es ist halt meine subjektive Wahrheit. Und was kann helfen? Natürlich, ich spreche diese Person an. Und was ganz interessant ist, und ich habe es vorhin schon mal ganz leicht angedeutet, wir Menschen, wir leben jeder für sich in einer ganz individuellen Welt. Es kann sein, dass wir irgendwo das Gleiche sehen, aber dann doch nicht dasselbe sehen. Das heißt, du bist ganz anders aufgewachsen. Du hast ganz andere persönliche Erfahrungen in deinem Leben gemacht. das heißt, du kommst zu ganz anderen Rückschlüssen. Und es ist auch wundervoll, es ist toll, jeder Mensch ist einzigartig. Und es macht es auch ganz, ganz toll, wenn du zum Beispiel für dich selbst überlegst, okay, ich sehe Menschen, andere Menschen nicht mehr als Konkurrenz, wenn sie zum Beispiel das Gleiche machen wie ich, sondern für mich sind das dann Marktbegleitende zum Beispiel. Warum? Weil du so, wie du bist, einzigartig bist. Keiner hat diesen Weg, so wie du ihn irgendwann mal angefangen hast zu gehen, machen können. Das heißt, es ist völlig individuell, was du hast. Keine Pauschalisierung dieser Welt wird zu dir passen, außer dass du ein Mensch bist. Alles andere ist unfassbar einzigartig. Und doch hat der Mensch ja angefangen, diese Sachen zu kategorisieren, damit es schneller geht. Und du sagst dir jetzt an dieser Stelle, ich möchte was verändern. Heißt natürlich, ich gebe dir auch eine Struktur mit, wie du Menschen ansprechen kannst, damit das Ganze nicht ausartet. Was meine ich mit ausarten? Ich habe es gerade gesagt, wir Menschen haben gewisse feste Überzeugungen. Nur weil ich dir sage, nur weil ich dir etwas mitteile, wie ich denke, dass es richtig ist. Wie ich denke, ich habe in den Medien mitbekommen, wie man aktuell perfekt gendern soll. Wie auch immer, es ist meine persönliche Wahrheit. Und ich glaube, dass deswegen viel zu oft nichts passiert, weil sich Menschen nicht trauen, Sachen anzusprechen oder weil sie einmal Sachen ansprechen und dann einen ganz, ganz negativen Gegenwind spüren, den sie nicht als Auffind empfinden, sondern wirklich als Blockade empfinden. Deswegen das Thema wirklich direkt ansprechen und Feedback geben. Was auch ganz interessant ist, die wenigsten Menschen haben jemals gelernt, wirkliches Feedback zu geben. Bei Feedback geht es nicht darum, dass ich dir meine Meinung mitteile. Meine Meinung ist etwas völlig Wertendes, Subjektives, sondern Feedback bedeutet, dass ich nur widerspiegel, was ich wirklich in mir wahrnehme. Was löst es denn aus, wenn du zu mir sagst, naja, aber du als Frau bist doch viel zu schwach. Du als Mann kannst dich doch gar nicht in diese Sache hineinversetzen. Was löst das denn in dir aus? Was fühlst du denn in diesem Moment? Das ist Feedback, wirklich die Wirkung in dir. Und sobald du dann aber einen Wunsch äußerst, dann kommen wir in die persönliche Meinung und dann ist es auch eine Kritik und kein Feedback mehr. Gut, jetzt geben wir diese Person Feedback und sagen erstmal, pass mal auf, deine Äußerung, die wirkt auf die und die Art und Weise auf mich. Der nächste Schritt ist, jetzt diskutieren wir gemeinsam Wahrheit. Und das möchte ich unbedingt ganz, ganz extrem hervorheben. Es geht nämlich darum, nicht anderen Menschen deine Meinung aufzuzwingen oder ich dir meine Meinung aufzwinge, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam lernen, Wahrheit zu diskutieren. Wie kommst du zu der Annahme, dass ich zeige dir aber auch, wie ich zu der Annahme gekommen bin, dass. Und zu guter Letzt, und das ist natürlich die schönste Möglichkeit, die wir erreichen möchten, ist, wir suchen nach Lösungen. Und wenn wir uns über Lösungen unterhalten, dann gibt es ja viel verschiedene Lösungen. Das Schönste ist natürlich, wenn wir Synergien finden, dass wir beide miteinander so lange diskutieren, Wahrheit besprechen, dass wir auf den gemeinsamen Nenner kommen und dann für beide eine Win-Win-Situation herausholen. Heißt, du siehst beispielsweise, wenn wir bei den Kompetenzen bleiben, ich spiegele dir ganz konkret, warum ich davon überzeugt bin, dass ich die richtige Person für diese Aufgabe bin und du zeigst mir auch deine Bewertungskriterien, was dir wichtig ist, um diese Position zum Beispiel zu bekommen. Und jetzt können wir gemeinsam diskutieren und uns gar Gedanken darüber machen. Es kann aber auch sein, dass die Lösung am Ende für dich ist, okay, ich verstehe, hier kann ich nichts verändern. Und was wir schon gesagt haben, wenn wir Wahrheit diskutieren oder Wünsche äußern, eine Bitte akzeptiert immer auch ein Nein. Das heißt, egal in welcher Position du bist, du kannst von Menschen nie verlangen, dass sie das tun, was du willst. Ein Gespräch ist immer offen. Und ich weiß, dass sich sowas nicht schön anfühlt, weil man sich immer denkt, okay, ich führe jetzt ein Gespräch und wir gehen raus mit einer zufriedenstellenden Lösung für alle. Aber am Ende sind wir Menschen und wir haben immer die Entscheidung zu gehen. Wir sind frei und es ist auch gut so und es ist auch schön so, aber es macht es natürlich nicht ganz einfach. Jetzt steigen wir nochmal etwas tiefer ein, denn eins ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn wir von Stereotypen sprechen, wenn wir von Vorurteilen sprechen, dann müssten wir auch eins verstehen, dass wir Menschen unterschiedlich denken und auch unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht haben, warum wir zu gewissen Erkenntnissen kommen. Und wenn ich dich jetzt von dem Gegenteil überzeugen will, dann muss ich doch erstmal verstehen, wie bist denn du zu dem Punkt gekommen, wo du überhaupt hingekommen bist. Und ich nehme jetzt auch einmal schon einen Gedanken vorweg. Ganz oft versuchen wir Menschen, unsere Meinung aufzudrücken, indem wir sie überreden. Das heißt, wir versuchen so lange auf diese Menschen einzureden, vielleicht sogar erpressen, vielleicht sogar bedrohen, damit sie einfach akzeptieren und sagen, ja, okay, du hast recht. Das Problem ist, wenn wir überredet werden, dann ist dieser Erfolg immer nur kurz für sich. Wenn wir Menschen aber überzeugen wollen, und darum geht es ja auch, wenn wir sagen, wir wollen sensibilisieren, wir wollen Menschen überzeugen, dass zum Beispiel Stereotype nochmal überdacht werden dürfen, dass Vorurteile überdacht werden dürfen, weil wir sie vielleicht als blinden Fleck noch gar nicht erkannt haben bei uns, dann müssen wir versuchen, Menschen zu überzeugen. Das heißt, wir müssen ihnen ganz transparent aufzeigen, warum komme ich zu diesem Gedanken, damit du selbst zum gleichen Gedanken kommen kannst. Das funktioniert aber nur, wenn wir miteinander sprechen und miteinander reden. Und damit wir jetzt von der Einstellung her schon mal in die richtige Richtung gehen, wenn wir miteinander über sowas diskutieren, schauen wir uns mal diese zwei wunderschönen Personen an. Person 1 links, Person 2 rechts. Erstmal völlig egal, von welcher Art und Weise du jetzt diese Personen anschaust, aber was hat denn diese Person geprägt? Was dürfen wir nicht vergessen? Was macht diese Person aus? Und was ich immer ganz schön finde, ich habe da ein für mich schönes Bild gefunden, das aus verschiedenen Konzepten besteht, was auf den Punkt bringt, was wir immer beachten müssen, wenn wir Menschen ansprechen, aufgrund von zum Beispiel dem Gefühl, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen. Dass wir das Gefühl haben, wir wurden in eine Schublade gesteckt. Und dafür schauen wir uns an, dieses Dreieck mit dem Kreis und diesen drei Punkten. Das Dreieck zeigt, woraus besteht der Mensch. Einmal aus seiner Persönlichkeit, aus der Kultur, die ihn geprägt hat und seiner ganz menschlichen Natur. Was meine ich mit der ganz menschlichen Natur? Wir haben natürlich gewisse Elemente von der Natur geerbt mitbekommen. Das heißt, es gibt Unterschiede mit Blick auf die Stimmlippen. Frauen haben eine andere Stimmlage wie Männer und dementsprechend haben wir einfach hier schon mal unterschiedliche Herangehensweisen. Vielleicht spricht der eine schneller, der andere ein bisschen lauter, ein bisschen deutlicher. Das macht uns schon mal einzigartig in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Auch die Art und Weise, wie groß ich bin. Ob ich zum Beispiel von meiner Statur her, auf dich einschüchternd wirke, das hat ja viel mit dir zu tun, wie du meine biologische Optik wahrnimmst. Dazu kommt die Kultur. Und das ist ganz, ganz interessant. Denn die Kultur ist ja etwas, das wir vielleicht erlernt haben. Das heißt, dass Papa, Mama, Geschwister, Freunde, Familie, wer auch immer, die Schule, Grundschule, Kindergarten, dass wir hier auf eine gewisse Art und Weise geprägt worden sind. Vielleicht auch Sachen auswendig lernen mussten, damit wir dazugehören. Und wir haben hier, deswegen, ich will auch immer nicht sagen, dass Kultur etwas ist, was wir einfach nur erworben haben, sondern es ist auch etwas, was wir bewusst uns auch abschauen. Also der Mensch lernt ja auch viel durch einfach Zuschauen und Nachahmen. Und dazu kommt noch unsere Persönlichkeit, was ich vorher schon mal kurz angedeutet habe. Das heißt, die Persönlichkeit ist wirklich für mich das, was du persönlich in deinen, je nachdem wie alt du bist, Jahren gelernt hast, erfahren hast. Das ist diese ganz einzigartige Verbindung. Und das Spannende ist ja, wenn ich zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren in einer Tiger-Auffangstation aufgewachsen bin und mit meinen Eltern gemeinsam schon immer Tiger gezüchtet habe, mich mit den Ziegern auseinandergesetzt habe, dann habe ich irgendwann mal gelernt, Tiger sind etwas Wunderschönes, Wundervolles, Tolles. Und jetzt treffen wir uns gemeinsam und ich schenke dir hier zu deinem Geburtstag einen wilden Tiger. Dann hast du natürlich Angst, weil du gelernt hast, okay, Tiger sind gefährlich. So, und jetzt geht es darum, dass wir beide verstehen, warum kommst du zu deiner Annahme? Ich zeige dir, wie komme ich zu meiner Annahme? Und dann geht es darum, wirklich Toleranz auch zu leben, Toleranz zu spüren. Und Toleranz heißt nicht, dass ich alles gut heiße, sondern einfach nur, dass ich akzeptiere, wie du zu deinen Rückschlüssen kommst. Und was ganz oft vergessen wird, ist auch die Situation. Wenn ich jetzt am Wochenende, wenn du mich gesehen hättest, wie stinksauer ich war, als ich bei strömendem Regen, ich bin sogar extra eine Nacht eher abgereist, bei strömendem Regen mein Zelt zusammengepackt habe, ich war schon sehr sauer. Also ich war wirklich enttäuscht. Die Täuschung hat aufgehört, heißt, ich hätte mich natürlich freuen können und sagen können so, hey, das hast du dir anders vorgestellt. Natürlich habe ich auch gelernt, was ich anders machen will. Aber hätte jetzt danach jemand mich auch noch angesprochen und gesagt, es wäre typisch, dass du als Mann nicht den Wetterbericht ansiehst, dass du als Mann nicht das und das machst, dann wäre die Situation an einem Punkt, wo ich emotional sehr befangen gewesen wäre. Heißt, ich bin natürlich auf eine gewisse Art und Weise wütend. Was will ich dir damit sagen? Dass wir auch nicht vergessen, dürfen, dass die Situation einen großen Einfluss hat auf das, was dein Gegenüber tut, wie sich dein Gegenüber verhält und auch, ob dein Gegenüber bereit ist, sich deinen Fragen zu stellen. Und jetzt meine Frage an dich, was können wir denn tun, um mehr diese Hintergründe zu verstehen? Was siehst denn du als Möglichkeit zu verstehen, okay, was für eine Persönlichkeit hat denn der Mensch vor mir? Schreib mir doch gerne mal in den Chat. Und wie finde ich denn mehr über diese Person raus, mit Blick auf Situation, auf Kultur, auf Persönlichkeit? Was habe ich denn als Mensch für Möglichkeiten, hier wirklich mehr herauszufinden, um zu verstehen und auch versuchen, toleranter zu werden? Schreib doch gerne mal in den Chat, was dir einfällt. Was gibt es für Möglichkeiten, um wirklich hier zu verstehen, warum Menschen sind, wie sie sind, warum sie denken, warum sie zu dem Rückschluss kommen, zu dem sie gekommen sind? Teil gerne kurz mal deine Idee, was wir tun können, um hier Veränderungen zu bewirken. Ich sehe gerade die ersten Tippen schon in den Chat. Von daher sei auch du jetzt mutig, hilf mir, gib mir einen Impuls. Wir haben einmal Beobachten und Fragen. Wir haben Nachfragen, sehr spannend. Und ich kann jetzt schon verraten, dass wir uns mit dem Thema Fragen auch gleich noch mal tief auseinandersetzen werden. Was ich noch mal ganz spannend finde, ist auch der Punkt Beobachten. Und jetzt gehen wir noch mal zu meinem fast schon Axiom, zu meiner Grundannahme. Wenn wir mit anderen Menschen über Stereotype, über Vorurteile sprechen wollen, wenn wir Veränderungen bewirken wollen, dann müssen wir genau hinsehen, wo ist denn dieser Mensch? Wo in seiner Welt kann ich ihn abholen? Wo haben wir vielleicht Gemeinsamkeiten? Wo verstehe ich, warum dieser Mensch denkt, wie er denkt? Nachfragen, Rückfragen ist immer großartig. Beobachten ist aber ganz, ganz entscheidend. Denn wenn du natürlich strategisch schlau vorgehst, dann überlegst du dir natürlich, was ist denn der perfekte Moment, um über sowas zu sprechen? Wenn ich schon merke, die Person ist gereizt, dann suche ich das Gespräch natürlich zu einem anderen Zeitpunkt. Und wenn du merkst, dass du voller Wut bist und jetzt das Gespräch suchst, dann bist du nicht bei Klarheit. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Denn was passiert, wenn du Menschen überzeugen wirst, wenn du mit Menschen wirklich ins Gespräch gehen wirst, dann möchtest du natürlich die richtigen und passenden Worte finden. Wenn du aber sehr wütend bist, wenn du merkst, dass irgendwie passt da gerade was nicht, dass es nicht deinen Werten entspricht oder wie auch immer du gerade merkst, es fühlt sich nicht gut an, dann entsteht gerne mal Stress. Und was passiert bei Stress? Dann haben wir auch wieder die großartigen Neandertaler-Funktionen. Unser Gehirn sagt, okay, ich glaube, Denken macht keinen Sinn. Wir fokussieren und konzentrieren uns jetzt nur auf schnelles Handeln, schnelles Denken. Heißt, dass wir wirklich nur noch Sachen abrufen können, die fast schon unterbewusst abrufbar sind. Heißt, wenn du seit Jahren Kampfsport machst, dann muss das irgendwann mal so in ihr tief drin sein, dass du nachts im Schlaf um drei, wenn ich dich weggehe, dass du alle Bewegungsfolgen wirklich noch ablaufen lassen kannst. Und dementsprechend vermeide Stress. Denn bei Stress bist du nicht klar und dein Gegenüber ist nicht klar. Und du hast immer die Wahl, auch hier dann zu sagen, okay, lass uns das Gespräch verschieben oder lass uns ganz bewusst auch die Situation brechen. Dann mache ich eben das Gespräch nicht im Unternehmen, sondern zum Beispiel extern in einer Gaststätte, in einem Lokal, wo auch immer du dich zurückziehen kannst, wo ihr beide die Situation brecht und dann offen miteinander sprechen könnt. Und jetzt habe ich schon mal kurz angedeutet, ich habe ja auch meine eigenen Werte. Ich habe ja auch meine eigenen Normen. Ich habe ja auch meine eigene Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Aber was kann ich denn tun, um bevor in so ein Gespräch zu gehen, für mich zu reflektieren, bin ich denn auch wirklich bereit, jetzt mich zu öffnen? Denn jedes Mal, wenn ich dir zum Beispiel sage, dass mein Wert oder mein Prinzip etwas ist, was deinen überhaupt nicht entspricht, beispielsweise das Thema Höflichkeit, wenn ich dir die Tür aufhalte, wenn ich etwas anderes mache, was du nicht als Höflichkeit empfindest, sondern als Dreistigkeit, dann kann es sein, dass du sofort in dem Moment, wenn du von mir hörst, was denkt denn der Kerl? Wie kommt der denn zu so einer Einstellung, dass du in deinem Kopf nicht mehr bei mir bist, nicht mehr zuhörst, sondern eigentlich nur bei dir bist und dir denkst, das ist doch falsch. Wie kann er sowas sagen? Wie kommt er denn zu so einer Idee? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Und genau das ist die Gefahr. Und was du tun kannst, ist, dass du dich selbst, bevor du solche Gespräche führst oder auch bevor du gewisse Veranstaltungen planst oder andere Schritte gehen willst, um hier Stereotype und Vorurteile noch bewusster anzusprechen, solltest du dir selbst deiner eigenen Situation und Gedanken bewusst werden. Und was ich ganz spannend finde, ist das wunderbare Spatenmodell. Das Spatenmodell geht zurück auf die interkulturelle Kommunikation. Das heißt, es geht eigentlich um den Austausch zwischen Kulturen. Und ich habe das Ganze an unsere Art und Weise zu kommunizieren etwas angepasst. Um was geht es denn beim Spatenmodell? Spaten ist ein Akronym und die einzelnen Worte stehen für, und lass es da mal gerne gemeinsam durchgehen, für einmal stoppe den automatischen Bewertungsprozess. Präzisiere, was genau dich irritiert. Analysiere den Rahmen oder die Situation, wie ich es vorher genannt habe. Dann thematisiere deine eigenen Erwartungen, die zu dieser Irritation, zu dieser Enttäuschung geführt haben. Und jetzt wird es spannend. Erkenne und erfrage deine eigenen Standards und Werte. Und jetzt sei bereit und mutig und überlege dir, okay, was kann denn bei der anderen Person auf der anderen Seite sein? Was für Werte, was für Normen, was für Stereotype, Vorurteile hat diese Person? Und ich bin fest davon überzeugt, wir können anderen Menschen nur Sensibilität, aber auch Toleranz beibringen, wenn wir selbst anfangen, uns permanent zu hinterfragen. Wenn wir permanent sagen, okay, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Oder habe ich in meinem Kopf gewisse Schritte gegangen, die vielleicht nicht ganz durchdacht sind und unterbewusst passiert sind? Und an sich klingt es ja wunderbar. Also man überlegt sich so, okay, ich höre einfach mal jetzt auf mit diesem Bewertungsprozess. Ich überlege dann ganz genau, was irritiert mich jetzt? Okay, da gab es eine Rolle, eine Position, auf die ich mich beworben habe und ich wurde jetzt nicht genommen und jetzt hat meine Kollegin auch noch zu mir gesagt, ist wieder typisch, der stellt nur Männer ein oder der stellt nur Frauen ein. Okay, ich analysiere den Rahmen nochmal. Es war ja ein Bewerbungsprozess, es gab die und die Schritte. Dann thematisiere ich meine eigenen Erwartungen. Naja, ich habe schon die Erwartung, dass alle gleich gesehen werden, aber wenn jetzt meine Kollegin sagt, das stimmt nicht, dann ist da irgendwas komisch. Okay, was sind denn meine Standards und Werte? Gerechtigkeit ist mir ganz, ganz wichtig. Transparenz ist mir wichtig. Was ist denn anderen Menschen wichtig? Und jetzt komme ich natürlich auch wieder in die Problematik, dass es Mutmaßungen sind. Solange ich also den anderen Menschen nicht frage, solange ich nicht hinterfrage und wissen will, was genau bei dir los ist, werde ich hier auch wieder an einem Punkt sein, wo ich nur bedingt der Wahrheit nahe komme. Aber alleine, dass du dir die Frage stellst und versuchst zu verstehen, was hat denn man gegenüber für Normen, für Stereotype im Kopf, wie kann es sein, dass dieser Mensch da hinkommt, das hilft dir schon dabei, etwas entspannter in solche Gespräche zu gehen. Denn du befasst dich schon rechtzeitig mit fast schon dem Worst-Case-Szenario. Also was könnte das Schlimmste sein, was da passiert? Was ist das Wahrscheinlichste, das passiert? Das heißt, alleine, dass du dich damit beschäftigst, gibst du deinem Gehirn die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann unterbewusst passieren, das kann aber auch bewusst passieren. Die für mich wichtigste Frage, und das sehe ich jetzt in meinen Trainings und Coachings, ist, dass alles andere schon funktioniert. Das Schwierigste ist aber, stoppe den automatischen Bewertungsprozess. Und jetzt möchte ich die Frage nochmal an dich zurückgeben. Was fällt dir denn ein? Was kannst du denn tun, um wirklich eine Art Stoppsignal zu entwickeln, dass dieses automatische bewerten, zu sagen, ich bin enttäuscht von dieser Person, ich degradiere diese Person, ich sage, diese Person ist falsch, diese Person ist voller Vorurteile, diese Person ist einfach nur schlecht. Was fällt dir denn ein? Was kann ich tun, um hier bewusst diesen Bewertungsprozess in meinem Kopf zu stoppen? Was fällt dir ein? Schreibt es bitte gerne mal jetzt in den Kommentar. Was kann ich tun, um entweder, bevor ich selbst Stereotype Vorurteile nutze oder auch bevor ich ein Gespräch suche? Was kann ich tun, um diesen Bewertungsprozess zu stoppen? Was fällt dir ein? Ich gebe uns mal ein paar Sekunden Zeit. Ich sehe, dass noch keiner im Chat tippt. Wenn dir nichts einfällt, dann schreibt doch auch gerne einfach rein, hm, keine Idee oder fällt mir ganz spontan nicht ein. Sei mutig, gib mir ein Zeichen, dass du noch mit dabei bist und voller Mut und Entschlossenheit dabei bist. Sehr schön, ein Atemübung. Okay. Sehr schön. Nochmal ein sehr interessant. Und ich werde euch gleich zeigen, warum das interessant ist. Was haben wir denn noch? Zeitmutig, gibt Alternativen. Was kann ich machen, wenn ich merke, da ist was? Und wie kann ich diesen Bewertungsprozess stoppen? Wir haben noch eine Person, die tippt. Das Ganze warte ich noch kurz ab. Wir haben sogar zwei Personen, die tippen. Wir werden tippmutig, darüber bewusst werden, dass man Stereotype hat. Und ein letzter Punkt kommt noch. Also wir haben jetzt schon erste Gedanken gesammelt. Und was ich ganz, ganz wertvoll finde, was ich euch auch mal spiegeln will, alleine, dass du dieses mal transparent machst, dass du es aufschreibst und sagst, da stimmt was nicht. Irgendwas ist da. Das ist schon das Signal für deinen Körper, für deinen Kopf zu sagen, lass doch da mal genauer hinschauen. Und viel zu oft vergessen wir diese kleinen Signale in uns, in unserem Körper wahrzunehmen. Und das haben wir noch bewusst den Ort wechseln, andere Körperhaltung einnehmen, Perspektive wechseln. großartig. Das heißt, wir sehen schon, es gibt gewisse Möglichkeiten, Situationen, Bewertungs- oder Prozesse im Kopf zu unterbrechen, indem wir ganz bewusst diesen Bruch machen. Was mir ganz wichtig ist, wenn wir sagen, okay, ich spüre in mir jetzt eine erste Erregung und mit Erregung meine ich wirklich, dass da irgendwas passiert in mir, dann sollten wir alarmiert werden. Und das Spannende ist, ist, es gibt mit Blick auf die Stressforschung vor vielen, vielen Jahren unter Hans Heil gab es Untersuchungen, wurde getestet und man fand heraus, dass wenn man einer, damals hat man einer Frau gesagt, ich weiß leider echt nicht, ob diese Studie so gemacht worden ist, dass schnell aufgeklärt worden ist, wie dem auch sei, es war der Versuch, dass man einer Frau gesagt hat, ihr Sohn sei im Krieg gefallen und danach hat man ihr gesagt, er ist nicht im Krieg gefallen. Und das Spannende war, dass die körperlichen Reaktionen eins zu eins identisch waren. Das heißt, dieses Gefühl, was wir spüren oder dieses komische, dieses, dieses, da ist was in mir, was ich gerade merke, was sich irgendwie anders anfühlt, wird oft erst durch unsere Gedanken zu einem schlechten oder zu einem guten Gefühl. Das heißt, wenn wir in solche Momente kommen, wo wir merken, da passiert etwas in mir, da stimmt irgendwas nicht, das ist ganz oft dann deine Verantwortung, dir zu überlegen, okay, nehme ich das und das finde ich ganz schön, wie es Jessica auch formuliert hat, nehme ich das als etwas Interessantes wahr, dass ich sage, okay, hier ist irgendwas, hier stimmt irgendwas nicht und thematisiere ich es dann. Das heißt, einmal ist es ganz, ganz wichtig, wenn du Bewertungsprozesse verändern willst, musst du erst mal erkennen, wann du in diesen Moment hineinschlüpfst, wann du merkst, okay, irgendwie habe ich zum Beispiel jetzt Angst vor diesem Personenkreis oder irgendwie fühle ich mich irritiert von diesem Personenkreis. Und mein Tipp für dich, was du dir merken kannst, ist, das Ganze einmal bewusst auszusprechen. Und was ich so schön finde bei dem Spatenmodell, dass bei P präzisiere, was dich irritiert, eigentlich schon die Einladung kommt, wie du diesen Bewertungsprozess am Anfang stoppen kannst. Und zwar mit einem ganz deutlichen Haltstopp, das irritiert mich. Und warum irritiert mich? Irritieren ist erst mal weder positiv noch negativ. Es ist erst mal nur eine Art der Wahrnehmung, die du spürst und du thematisierst das Ganze. Dass du mal wirklich sagst, okay, das irritiert mich. Und nicht zu sagen, ich finde das schlecht, ich finde das komisch, weil das ist nämlich jetzt wertend. Dann bringst du dich selber schon in diesen Moment, wo du Sachen schlecht findest, wo du gar nicht mehr bereit bist, zuzuhören, zu argumentieren, zu diskutieren, sondern versuche unbedingt, wenn dir das Thema wichtig ist, das Ganze neutral einfach nur erst mal als Wahrnehmung auszusprechen. Du kannst es auch aufschreiben, dass du es aus deinem Kopf herausbringst, aber sei dir bewusst, hier wirklich diese Irritation zu spüren und anzusprechen. Und dann kannst du auch bewusst, zum Beispiel, wie die Henrietta das geschrieben hat, bewusst den Ort wechseln, auch eine andere Körperhaltung einnehmen. Es ist ganz, ganz entscheidend, dass du dann wirklich nicht in diesen Teufelskreis reinkommst und dann immer angespannter wirst mit Blick auf diese Stressreaktion, sondern setz dich ganz bewusst und proaktiv mit dem Thema auseinander. So, jetzt bist du bereit dazu. Jetzt sagst du, okay, jetzt bin ich bereit, das Thema Stereotype, Vorurteile bewusster anzusprechen, Menschen darauf hinzuweisen. Die Frage, wie mache ich das Ganze? Und ich möchte dir dafür eine Struktur geben, die du dir mit Sicherheit schnell merken kannst, weil ich davon überzeugt bin, dass du die Basis dafür schon sehr oft gehört hast. Und zwar geht es erst einmal um die vier Seiten einer Nachricht von Friedemann, Schulz von Thun. Der Kommunikationspsychologe hat ja vor langer, langer Zeit einmal gesagt, wenn wir eine Nachricht senden, dann gibt es dabei eine Sachebene, eine Beziehungsebene, eine Selbstoffenbarung und einen Appell. Heißt, auf der reinen sachlichen Ebene teile ich dir Zahlen, Daten, Fakten mäßig mit, merkt ihr ZDF, nicht RTL, Ratschen, Tratschen, Lästern, Zahlen, Daten, Fakten. Auf der Sachebene geht es rein um den informativen Gehalt dieser Nachricht. Es geht rein um das, was eine Kamera auch beobachten würde, was eine dritte, neutrale Person genauso beobachten würde. Dann ist auch die Beziehungsebene noch mit dabei. Auf der Beziehungsebene ist es so, dass ich dich fast schon spüren lasse, was halte ich denn von dir? Also wenn ich in meiner Formulierung fast schon Unterstellungen habe, Vorwürfe habe, dann kann es bei dir sehr schnell das Gefühl auslösen, okay, der mag mich nicht besonders. Dazu sagt Friedemann Schulz von Thun, haben wir auch die sogenannte Selbstoffenbarung. Heißt, bei allem, was ich sage, teile ich auch immer etwas über mich selbst mit, wie ich die Welt sehe und jetzt haben wir auch nochmal diesen Punkt von vorher, wie ich die Welt sehe, vielleicht auch aus welcher Kultur ich komme, wie ich mein Leben bisher gestaltet habe. Das heißt, du kannst viel aus den Worten anderer Menschen herauslesen und besser verstehen, wie denken diese Menschen, was tun diese Menschen und warum sind diese Menschen, wie sie sind. Und zu guter Letzt, wir reden fast nie ohne Intention. Das heißt, wir haben normalerweise immer einen Wunsch, warum wir mit Menschen kommunizieren. Es ist immer eine Art Ziel dahinter. Selbst wenn es zum Beispiel nur eine Wirkungsabsicht ist, dass ich zum Beispiel eine Meinungsveränderung bei dir auslösen möchte, zum Beispiel mit Blick auf Stereotype und Vorurteile. Und was ich sehr, wirklich sehr charmant finde, weil es auch wieder ein Akronym ist, wie wir uns das Ganze merken können, ist, dass du Menschen ab sofort ein gewieftes Feedback gibst. Was heißt denn ein gewieftes Feedback? Fange an, dass du ihnen bei W, wieder das Akronym, ganz konkret sagst, okay, was genau habe ich denn wahrgenommen? Und das ist jetzt das Spannende. Wenn du dir vorher wirklich die Übung mal gemacht hast, dich selber mit deinen Normen, mit deinen Werten auseinanderzusetzen und jetzt bereit bist, sowas auch anzusprechen, zu thematisieren, dann fang jetzt nicht an mit einem Vorwurf und zu sagen, das ist wieder typisch, was du gemacht hast und es ist ganz oft leider, dass wir emotional werden bei solchen Themen und wie soll so eine Gesprächskultur geschaffen werden, wo wir ja dafür eintreten, dass eben miteinander Lösungen diskutiert werden, Lösungen gefunden werden und deswegen schildere ganz, ganz genau, was du wahrgenommen hast. Was heißt wahrgenommen? Ganz genau, was habe ich gehört? Was habe ich gesehen? Oder aber auch, was habe ich nicht gehört? Weil oft ist es ja auch so, dass uns genau dann Sachen irritieren, wenn Sachen nicht gesagt werden, die gesagt hätten werden sollen. Wichtig ist nur, bleib bei den Zahlen, Daten und Fakten und spar dir irgendwelche Mutmaßungen oder Unterstellungen. Denn wenn du schon anfängst, etwas zu sagen, wo dir sofort jemand widersprechen kann, dann ist es natürlich so, dass im anderen sofort dieser Widerstand kommt. Heißt aber auch für dich, bereite dich vor, wenn du kannst, dokumentiere Situationen. Es ist auch für später wichtig, je nachdem von welcher Art und Weise wir der nicht fairen Behandlung sprechen, ist es auch für dich entscheidend, Beweise zu sammeln, Beweise zu sichern und deswegen meine Empfehlung für dich, habe ab jetzt ein kleines graues Büchlein, wo du viele Notizen machst, dass du wirklich hier Rückmeldungen dahingehend geben kannst, okay, um was genau geht es denn? Was ist denn der eigentliche Zahlen, Daten, Fakten, Moment, den ich gerade beschreiben will? Jetzt geht es weiter. Jetzt hat ja Friedemann Schulz von Thun gesagt, okay, es gibt ja diese Beziehungsebene, wo ich dir sage, was ich von dir halte und es ist auch wichtig, dass wir sowas thematisieren. Das heißt, ich interpretiere jetzt das, was ich da höre und spiegel dir das. Also wirklich I, Interpretation meinerseits zurückspiegeln. Also, das heißt, wenn du zwischen den Zeilen etwas liest, dann darfst du das natürlich auch kommunizieren. Du musst es nur als deine ganz persönliche Wahrnehmung kennzeichnen, dass du wirklich sagst, mein Eindruck ist. Okay, ich interpretiere das, was du jetzt gesagt hast, so. Warum ist das entscheidend? Wir sprechen wieder über das Thema Überzeugen. Du musst dem anderen ganz konkret auch aufzeigen, warum du zu deiner Einstellung kommst. Es hilft nichts, wenn du nur sagst, du bist, was du tust, ist, sondern gib ihm die Möglichkeit und ihr die Möglichkeit zu verstehen, warum löst denn dieser Satz etwas in dir aus? Was ist denn da passiert? Welchen Gedankenverarbeitungsprozess hattest du in deinem Kopf, damit du zu diesem Schluss gekommen bist? Und jetzt, auch ganz spannend, das Thema Selbstoffenbarung. Also, was kannst du wirklich über dich erzählen? Und ich weiß, dass die eine der andere jetzt etwas irritiert sein wird, weil man sich denkt, okay, Selbstoffenbarung über mich persönliche Sachen teilen, sollte ich das im beruflichen Arbeitsalltag machen? Und ich selbst bin absolut davon überzeugt, denn wenn ich meine Emotionen kundtue, dass ich sage, das macht mich sauer, das macht mich traurig, das macht mich wütend, dann ist es natürlich und auf ganz, ganz starke Art und Weise eine Wirkung, die du erzielen kannst. Wir machen jetzt hier natürlich kein Vortragstraining, aber auch, wenn du zum Beispiel auf der Bühne dafür antrittst, um das Thema zu thematisieren, sprich über deine Emotionen. Wir Menschen lassen uns sehr, sehr beeinflussen, wenn Emotionen angesprochen werden, weil es etwas unglaublich Starkes ist. Nicht nur Zahlen, Daten, Fakten und das Rationale funktioniert. Zum Einleiten ist es wichtig, aber auch später, lass uns doch fühlen, wie geht es dir denn dabei? Denn ich habe vielleicht gar keine Ahnung, wie es dir geht. Und ich mache das immer mit so einem ganz einfachen Beispiel klar. Und zwar, stell dir mal vor, du hast einen Pickel und du hast diesen Pickel mitten auf der Stirn. Jetzt gehst du raus und du denkst dir schon die ganze Zeit, hoffentlich schaut mich keiner an. Also hoffentlich schaut keiner hin. Und was passiert natürlich? Gefühlt schauen dich alle an. Was aber auch ist, dass du schon immer andere Menschen anschaust in der Erwartungshaltung, bestimmt schaut der gleich her. Und der andere Mensch denkt sich, warum schaut mich diese Person so an? Jetzt schaust du zurück, ihr schaut euch an, ihr schaut euch die ganze Zeit an, es ist unfassbar unangenehm. Und was ist aber das Problem? Dass dein Gegenüber gar nicht weiß, wie es dir geht. Dem ist es völlig egal. Du denkst dir vielleicht auch noch der komische Blick, der schaut ja gerade mit ab, die hört ja gar nicht mehr auf herzuschauen. Genau, das ist aber die Gefahr, dass andere Menschen gar nicht wissen, was in uns los ist. Das heißt, auf der einen Seite, sei mutig und sag genau, was du interpretierst, was du da rausliest, was es für dich in deiner Welt bedeutet, wenn du so etwas hörst und dann sag auch, wie es dir dabei geht. Wichtig für mich, bitte achte bei diesen Formulierungen mit Blick auf die Gefühle darauf, dass es wirklich Gefühle sind und keine Unterstellungen. Wenn du sagst, ich fühle mich von dir verletzt, ist es kein Gefühl, sondern es ist eine Unterstellung und es ist ein verbaler Angriff, der dem anderen die Möglichkeit gibt, sich zu verteidigen. Am besten machst du wirklich, wenn du genauer hinschaust, ich habe geschrieben, ich bin oder das macht mich. Also bleib bei diesen Ich-Botschaften, wenn es um deine Gefühle geht und sag ganz konkret, ich bin traurig, ich bin wütend. Oder, wenn du nicht weißt, und jetzt gehen wir wieder zurück in unseren wunderbaren Chat, was wir vorher hatten, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag natürlich erst mal, okay, ich bin irritiert. Es irritiert mich. Das heißt, ich habe hier ein Gefühl, ich kann es doch gar nicht einschätzen, wie es mir geht. Aber wenn du es vorher gemacht hast und dich wirklich damit auseinandergesetzt hast, dann weißt du auch ungefähr, was irritiert mich eigentlich, wie geht es mir denn damit? Und auch wenn du sagst, ich bin enttäuscht von dir, es ist kein Gefühl, sondern es ist wirklich eine Unterstellung und ein verbaler Angriff. Und nochmal, mein Appell an uns alle, wenn wir uns mit Stereotypen vorurteilen und allen anderen Nichtgleichberechtigungen, wenn wir uns darüber unterhalten, dann geht es auch darum, wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren und eine Gesprächskultur zu fördern, wo wir zuhören und auch wirklich verstehen wollen. Und zu guter Letzt, und das dürfen wir nämlich auch nicht vergessen, was soll sich denn verändern? Und jetzt wird es entscheidend. Also beim Letzten, bei unserem V, ist wirklich der Verhaltenswunsch. Also was wünsche ich mir denn stattdessen? Und viel zu oft sagen Menschen, was sie nicht mehr haben wollen, anstatt darüber zu sprechen, was sie haben wollen. Und es ist deutlich zielführender und es wird dir deutlich mehr helfen, deine Ziele zu erreichen, wenn du konkret sagst, was du erwartest. Also was genau soll der Mensch tun? Und nicht sagst, was er unterlassen soll zu tun. Also sag besser, nicht bitte hör auf, das Radio so laut zu haben, sondern gib eine ganz klare Anweisung, einen ganz klaren Wunsch, bitte mach das Radio aus. Die Wahrscheinlichkeit wird sich erhöhen, dass die Menschen tun, was du willst. Denn du sagst auch ganz konkret, was du dir wünschst. Aber, und es ist meine Achtung auch am Ende, ein Gespräch ist immer offen, damit müssen wir leben, dafür sind wir Menschen, dafür sind wir frei und haben unsere Meinungsfreiheit und können fast schon tun, was wir wollen. Aber auch in deinem Kopf musst du verstehen, du kannst immer nur versuchen, das Gespräch einzuleiten. Du kannst andere Menschen einladen, aber am Ende entscheiden sie immer selbst, wie sie damit umgehen wollen. Und eine Bitte akzeptiert auch ein Nein. Das heißt, auch wenn ich dir einen Wunsch äußere und zu dir sage, okay, mein Wunsch ist es ganz klar, dass wir gemeinsam das und das tun und jetzt sagst du, ja, das möchte ich nicht. Dann musst du es erst mal akzeptieren. Dann könnt ihr aber gemeinsam drüber sprechen und versuchen, eine Lösung zu finden. Gut, von daher, das gewiefte Feedback hilft dir dabei, Sachen zu thematisieren, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ich kurz durchgehen möchte, da wir mit Blick auf die Zeit natürlich schon sehr, sehr vorangeschritten sind. Wir haben heute das vierte Gespräch, also ich muss erst die Situation natürlich kurz schildern, stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt mit dir immer wieder ein Gespräch, ich möchte Führungskraft werden und jedes Mal wieder vertröstest du mich und sagst, bist du dir wirklich sicher, dass es in deine Familienplanung passt und dass du dir wirklich diese Verantwortung übernehmen kannst? Dann könntest du so ein Gespräch einleiten, in dem du sagst, wir haben heute das vierte Gespräch, Zahlen, Daten, Fakten, nicht immer wieder, sagst du, sondern wir haben das vierte Gespräch, zu meiner Entwicklung zur Führungskraft und du stellst mir heute zum vierten Mal die Frage, mitschreiben, ob ich mir wirklich sicher bin, dass ich mit den zusätzlichen Verantwortlichkeiten umgehen kann und das in meine Familienplanung passt. I, was bedeutet das für dich, wenn du sowas hörst? Daraus schließe ich, dass du mir nicht zutraust, dass mein deutliches Ja final ist und ich in der Lage bin, diese Aufgaben zu bewältigen. Also was heißt das, was er oder sie zu dir sagt, konkret für dich? Was hörst du raus? Warum hat es für eine Irritation gesorgt? Sei dir auch klar, was genau die Irritation ist? Was passiert da in dir? Naja, also ganz ehrlich, das macht mich wütend, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich die nötigen Fähigkeiten habe und mich auf diese Herausforderung auch wirklich freue. Was ist dein Wunsch? Was willst du wirklich? Was ist dein Wunsch? Mein Wunsch ist, wenn du Zweifel an meinen Fähigkeiten oder Ambitionen hast, dann sprichst jetzt und heute und zwar auch direkt und konkret an und dann gehen wir nämlich Zahlen, Daten und Fakten an einen Platz und können miteinander darüber diskutieren und sprechen. Das heißt, thematisiere das, was dich irritiert. Aber du musst auch erst mal genau verstehen, was irritiert dich? Was kommt bei dir an? Was ist dieser Punkt, der dich auf eine gewisse Art und Weise in eine Richtung gelockt hat, wo du vielleicht gar nicht hin willst? Bevor wir uns jetzt final das Ganze zusammenfassend anschauen und dadurch dann auch konkrete letzte Handlungsstrategien und uns überlegen, wie wir gegen Vorurteile, Stereotype vorgehen können, möchte ich noch einmal einen gemeinsamen Gedanken hier aufwerfen. Ich habe ja auch schon gesagt, was mich auszeichnet in meiner Arbeit ist, dass wir mit Blick auf Führung, mit Blick auf den Umgang vor allem die Kommunikation haben als ganz großes, elementares Stellengut, weil wir davon überzeugt sind, Führung ist soziale Kompetenz. Das heißt, wir wollen mit Menschen klarkommen, auskommen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Kommunikation etwas ist, wo wir alle weiter ständig, stetig lernen dürfen, üben dürfen und auch das Ganze üben müssen und auch dafür Zeit bekommen. Und ich möchte für eine ganz kurze Situation oder für einen ganz kurzen Moment nochmal in die Vergangenheit reiten, wollte ich schon fast sagen, reisen. Denn warum ist denn die Kommunikation eigentlich entstanden? Warum haben wir angefangen, mit Menschen zu sprechen? Es gibt verschiedene Vorstellungen, wie das Ganze passiert ist, aber was für mich einfach die schönste ist und an die halte ich mich auch fest, weil ich glaube, dass sie zielführend ist und uns viel hilft. Vor vielen, vielen Jahren haben wir gemerkt, dass wir alleine unsere Ziele nicht erreichen können, dass wir alleine das Mammut nicht erlegen können, dass es irgendwie einfach alleine nicht funktioniert. Und wir haben gelernt, wir müssen mit Menschen kooperieren, um Ziele zu erreichen. Und was haben wir dann erfunden? Die Kommunikation. Das heißt, die Kommunikation ist entstanden, um etwas zur gemeinsamen Sache zu machen. Und dafür ist es da, dass wir miteinander versuchen, gegen Stereotype vorzugehen und gegen Vorurteile vorzugehen, wenn sie uns irritieren, wenn sie für Probleme sorgen und auch sensibilisieren. Und deswegen möchte ich dich jetzt einmal mit kleinen kurzen Regeln fast schon vertraut machen, wie du zukünftig kommunizieren darfst, damit hier auch einfach mehr Friede und Freude passiert. Erstens, alle deine Fragen, wir haben es schon gesagt, auch im Chat, Fragen dienen der Klärung, aber nicht der Vorführung. Das heißt, wenn du Fragen stellst, achte darauf, dass du dein Gegenüber nicht bloßstellst dadurch, dass du ganz bewusst versuchst zu lenken, dass es vor der Versammelmannschaft bloßgestellt wird, dass Stereotype oder Vorurteile sichtbar werden, denn da verschließt sich so ein Mensch und dann bist du wieder am Anfang. Dazu kommt, hinterfragen ist Aufgabe der Psychotherapie. Okay, wir sind unglaublich gerne Menschen, die unfassbar lange hinterfragen. Wenn ich dir einmal sage, warum bist du zu spät gekommen und du sagst, naja, ich habe ein bisschen länger im Bad gebraucht, das ist noch okay. Das erste Mal hinterfragen und die Klärung ist völlig in Ordnung. Wenn ich aber jetzt sage, okay, warum hast du denn so lange im Bad gebraucht? Ja, Männerprobleme. Was genau, wann ist denn für Männerprobleme? Das heißt, dieses Ausfragen sollten wir nicht machen, sondern wirklich immer sagen, Fragen dienen der Klärung. Was ich aber natürlich auch machen will, und jetzt sage ich ja auch, ich will dich ja ermutigen, dass du zukünftig solche Situationen ansprichst oder auch in deinem Unternehmen ganz bewusst behandelst, ist, Fragen dürfen irritieren, aber nicht verletzen. Fragen dürfen irritieren, aber nicht verletzen. Heißt, du darfst ganz bewusst provozieren. Natürlich. Da musst du ja auch gewisse Situationen so schildern und so ansprechen und so rückfragen, damit etwas passiert. Achte aber darauf, dass sie nicht verletzen, sondern wirklich nur irritieren. Irritieren ist das, was passieren darf, dass ich für mich merke, da passiert irgendwas. Und zu guter Letzt, als vorletzter Impuls, hör wirklich zu, mit dem Wunsch verstehen zu wollen. Hör nicht zu, um den anderen anzuschreien. Es gibt doch bestimmt, vielleicht hast du sie auch schon gesehen, diese Momente, wenn Aktivisten gefragt werden in Interviews, wie sie denn zu dem und dem Thema stehen oder wie auch immer, und dann wird geschrien, es wird anderen dann auch verboten, zu sprechen. So werden wir nie eine gemeinsame Lösung finden. Das Ziel muss immer sein, zuhören, mit dem Wunsch wirklich verstehen zu wollen. Und zu guter Letzt, achte darauf, dass wenn du Menschen überzeugen willst, dass du wirklich versuchst, deine Argumente transparent zu machen und genau aufzeigst, warum ist es wichtig, das Thema Frauen in Führungspositionen in diesem Unternehmen anzusprechen. Warum ist es wichtig, über Vorurteile zu sprechen? Also gib mir die Möglichkeit, dass ich mich wirklich damit auseinandersetzen kann. Und jetzt kommen wir auch aus meiner Sicht zu den wichtigsten fünf Möglichkeiten, wie du Geschlechtsstereotype vor allem und auch Vorurteile in deinem Unternehmen, aber auch als Person, ganz alleine angehen kannst, thematisieren kannst und auch für Veränderung sorgen kannst. Starten wir mit dem allerersten und fast schon dem offensichtlichsten. Es ist natürlich, dass wir sagen, okay, sprich über das, was du erfahren hast. Und wenn ich sage, sprich über das, was du erfahren hast, meine ich wirklich ganz transparent. Wenn du selbst in deinem Unternehmen etwas mitbekommen hast, wo du sagst, okay, ich habe selbst wahrgenommen, das stimmt was nicht, prüfe das Ganze nochmal nach dem Spartenmodell, also was genau war da los in deinem Kopf? Was hast du da wahrgenommen? Und gib anderen Menschen die Möglichkeit zu verstehen, okay, wie ging es dir dabei? Warum sonst ist es denn für uns Menschen immer so großartig, Geschichten zu hören? Warum ist es sonst so spannend, Filme anzusehen? Weil wir uns deutlich besser in Menschen hineinversetzen können, wenn wir die persönlichen Erfahrungen und Geschichten lesen können. Und das heißt, du kannst es schriftlich machen im Intranet, du kannst das Thema als Keynote halten, als Vortrag halten, sensibilisieren im Newsletter. Aber gib ihnen die Möglichkeit, diese Erfahrungen weiterzugeben. Und auch für dich, wenn du sagst, du hast Erfahrungen gemacht, ich sage auch hier extra nochmal Möglichkeiten schaffen. Natürlich braucht es hier Zeit. Zeit und Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren. Das muss erst mal zur Verfügung gestellt werden. Also gebt den Menschen Zeit, um miteinander zu sprechen, um miteinander sich austauschen zu können. Denn am Ende ist das ganz, ganz entscheidend, dass wir wirklich die Möglichkeiten finden, auch darüber zu sprechen. Der nächste Punkt, der mir ganz, ganz wirklich wichtig ist, auch persönlich, weil es ganz oft vergessen wird, aber es reicht auch, wenn wir reine Wissensvermittlungen machen. Also, eine Sekunde. Gut, es waren vier Sekunden. Mit Wissensvermittlung meine ich, dass wir reine Informationen weitergeben. Das heißt, es sind einfach nur Zahlen, Daten, Fakten zu Stereotypen, zu Vorurteilen, zu Unterschieden, zum Beispiel mit Blick auf Gehalt, zu Unterschieden, mit was auch immer. Das heißt, rein Zahlen, Daten, Fakten, Nachrichten sozusagen, können dabei helfen, in einem Unternehmen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, okay, interessant, erstmal für mich zu verstehen. Und wir erinnern uns nochmal zurück an dieses wunderbare Dreieck mit in dem Kreis, wo ich dir beschrieben habe, dass wir aus verschiedenen Situationen heraus zu dem geworden sind, der oder die wir heute sind. Und das heißt, es kann sein, dass bei uns zum Beispiel rational Zahlen, Daten, Fakten sehr überzeugend sind. Es kann aber auch sein, dass eben mehr die Emotionen bei uns funktionieren. Das heißt, du musst für dich einen ganzheitlichen Ansatz finden, damit du Menschen von deiner Idee überzeugen kannst und wirklich für Veränderung sorgen kannst. Ansonsten wirst du nämlich immer nur einseitig das Ganze machen. Also nur, weil du einmal eine Wissensvermittlung machst und einmal eine Schulung machst, kannst du nicht erwarten, dass die Menschen jetzt so ticken und so funktionieren, wie du dir das wünschst. Also wenn es so einfach gehen würde, dann würde ich ab jetzt nur noch kleine Flyer verteilen an alle Menschen und sagen, hey, pass mal auf, so kannst du mit mir zusammenarbeiten und es macht dich erfolgreich aufgrund der Argumente. Aber am Ende sind wir Menschen. Wir sind Menschen, die von Sympathie getragen werden. Wir sind Menschen, die sich begeistern lassen von anderen Menschen und auch von Geschichten beeinflussen lassen. Also von daher, bitte achte darauf, einen gesunden Mix zu finden in der Art und Weise, wie du das Thema Stereotype und Vorurteile vor allem jetzt mit Blick auf Mann und Frau ansprechen wirst in deinem Unternehmen oder auch persönlich im privaten Umfeld. Dazu kommt, und jetzt kommen wir auch schon eher in die konkreteren Trainingsmaßnahmen, verhaltensorientierte Trainings. Was heißt jetzt verhaltensorientiertes Training? Da geht es darum, dass du konkrete Impulse, Werkzeuge, Schritte gibst, wie du dein Verhalten verändern kannst. Zum Beispiel das Spatenmodell. Also was ich dir jetzt gegeben habe, heute ist ja eine Impulsveranstaltung. Mein Wunsch ist, dass du heute rausgehst und für dich Impulse hast, dass du merkst, okay, ich möchte was verändern. Ich möchte mich in eine gewisse Art und Weise bewegen und dass du hier Ansätze hast, wo du sagst, hey, spannend, da möchte ich hin oder das möchte ich verändern. Und wenn du aber sagst, okay, ich möchte verhaltensorientiertes Training, dann ist es wie, wenn wir Walzer üben. Ich erinnere mich noch an meine Vergangenheit in der Schule damals. Am Anfang war jeder Schritt wirklich im Kopf einmal laut aufgesagt. Rechts, links, Schritt vor, zurück, links. Und die Kunst ist ja, dass irgendwann mal aus diesem Verhalten eine ganz unbewusste Kompetenz wird. Heißt, irgendwann mal muss es so abgespeichert sein, dass ich es einfach mache. Heißt, bei verhaltensorientierten Trainings, wenn du einmal gelernt hast, ordentlich und sauber Feedback zu geben, dann fällt es dir unfassbar viel leichter, wenn du zukünftig das Ganze machst. Heißt auch, mit Blick auf Gender, Diversity, Stereotype, Vorurteile, wenn du den Menschen Werkzeuge an die Hand gibst und sie das Ganze auch trainieren lässt, ist natürlich der Erfolg deutlich größer. Dazu kommt auch die Möglichkeit, das Ganze selbst reflektieren zu können. Ich war vor wenigen Tagen auf der Buchvorstellung von Anahita und Anahita hat ein Buch rausgebracht, wo es auch um dieses Thema geht und unter anderem hatte sie eine Hörbuchsprecherin mit dabei, eine Moderatorin von Galileo und sie hat sich damals in einen Fettsuit geschwungen, heißt, sie hat sich künstlich dick machen lassen und sie war unfassbar überrascht, meinte sie, als sie auf den Straßen unterwegs war, die Menschen sie beleidigt haben, angesprochen haben, was auch immer mit ihr gemacht haben und sie hat plötzlich gemerkt, wie sich sowas anfühlt in dieser Simulation, was ihr vor gar nicht bewusst gewesen ist und dafür musst du natürlich jetzt nicht anfangen, Menschen zu verkleiden. Also es gibt auch Studien und Vorgehensweisen, wo dann Männer als Frauen verkleidet werden, Frauen als Männer verkleidet werden, um mal wahrzunehmen, wie der Alltag so gestaltet wird. Solche Reflexionsübungen kannst du auch in ganz normalen Fallbeispielen, Gruppenübungen, gemeinsam wirklich erlebbar machen, aber auch hier wieder achte unbedingt darauf, dass du einen gesunden Mix hast. Und zu guter Letzt, hier ist natürlich das, was wir beide gerade machen, hier eine Impulsveranstaltung. Das heißt, ich mache hier konkrete, kleine Impulse, die dich in eine Richtung lenken, wo du sagst, okay, ja, das finde ich spannend, das bewegt was in mir, das löst was in mir aus, wo auch immer du, in welche Richtung du hier gehen möchtest. Und damit kommen wir auch langsam und sicher dem Ende zu. Und bevor wir da aber auch wirklich jetzt final dem Ende zukommen, möchte ich dir ein letztes Zitat mit auf den Weg geben. Und du hast am Ende natürlich dann auch die Möglichkeit, nochmal im Chat Fragen zu stellen. Und bei diesem Zitat geht es um meine persönliche Einstellung im Umgang mit diesen Herausforderungen, die unfassbar ungemütlich sein können. Es sind Herausforderungen, die Menschen verzweifeln lassen. Und für mich ist jede Sekunde auf dieser Welt, in der wir uns nicht wohlfühlen, eine Sekunde der Verschwendung. Dafür haben wir nicht genug Zeit. Dafür haben wir einfach nicht genug Zeit, dass wir mit Hass, mit Vorurteilen, mit Stereotypen, die anderen Menschen schaden, dass wir uns damit rumärgern. Und deswegen möchte ich dich auch jetzt kurz entführen in fast schon meine kleine Welt. Denn ich finde, dieses Zitat ist ganz, ganz schön und bringt auf den Punkt, wie wir uns zukünftig verhalten dürfen, wenn wir merken, dass wir gerade mit Menschen anecken, wo uns am liebsten die Faust fast schon auskommen würde. Das Ganze geht zurück auf eine Friedensaktivistin, Bertha von Suttner. Und sie hat einmal gesagt, Rache und immer wieder Rache. Jeder Krieg muss einen Besiegten aufweisen und wenn dieser nur in einem nächsten Krieg Genugtuung finden kann, einem Nächsten, der natürlich wieder einen genugtuungsheischenden Besiegten schaffen wird, wann nimmt das ein Ende? Wie kann Gerechtigkeit erlangt, wenn altes Übel gesühnt werden, wenn als Sühnemittel immer wieder neues Unrecht angewendet wird, keinem vernünftigen Menschen. Wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen, nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Und von daher entscheide ich ganz bewusst für den Weg der Kommunikation und des Miteinanderredens. Und ich sage an der Stelle schon mal vielen herzlichen Dank. Und wenn du weitere Impulsveranstaltungen kostenlos bei mir besuchen möchtest, dann findest du den Link, wenn du den QR-Code eingibst. Hier rechts auf der Seite, wenn du sagst, hey, ich finde es ganz interessant, wie der Andreas Marcel Fischer hier an die Sachen rangeht, dann lass uns auch gerne sprechen über LinkedIn. Das findest du auf der linken Seite. Und ansonsten werde ich jetzt nochmal bis drei Viertel im Chat bleiben. Heißt, wenn du Fragen haben solltest, Feedback geben möchtest, wütend bist und Irritationen ansprechen möchtest, dann mach das sehr, sehr gerne jetzt im Chat. Und für alle, die sich verabschieden möchten, euch einen wundervollen Abend und viel Spaß beim Miteinanderreden.